Hallo und herzlich willkommen bei Gesundheit für Empathen. Mein Name ist Stefanie Reich und ich bin die Autorin des Buches Viel zu nett und krank – Heilung in toxischen Beziehungen. Heute geht es um das Thema Co-Abhängigkeit, ein kontrovers diskutierter Begriff. Und ich lese heute wieder aus meinem Buch zu diesem Thema. Der Abschnitt in dem Kapitel heißt Co-Abhängigkeit, emotionale Abhängigkeit, Beziehungssucht. Ja, Co-Abhängigkeit im herkömmlichen Sinne, also im Bereich von Süchten. Damit ist gemeint, dass ein Betroffener, der in Beziehungen zu jemandem steht, der in einer Suchterkrankung leidet, versucht, diese Sucht herunterzuspielen, indem er das Problem vertuscht. Das kann dann alle Arten von Süchten betreffen, sowohl substanzbezogene, aber auch nicht-substanzbezogene Süchte, wie zum Beispiel Spiel, Sex, Porno oder Internetabhängigkeit. Und auch andere und Angehörige versuchen oftmals, die Sucht zu kompensieren, beschützen den Süchtigen, indem sie ihn zum Beispiel dann bei der Arbeit krank melden oder finanzieren Dienstsucht sogar, um einen Streit aus dem Weg zu gehen, zum Beispiel. Also mit diesem Verhalten ermöglichen die Betroffenen dann aber das Suchtverhalten des Kranken und ziehen es dann in die Länge. So war das ursprünglich gemeint, dieser Begriff. Ja, dieser Begriff wird aber auch von ganz vielen, auch von den Betroffenen selber, in toxischen Beziehungen verwendet. Und da habe ich dann mal einen näheren Blick drauf geworfen. Denn dieser Begriff Co-Abhängigkeit wird ja in der Suchtforschung selbst sehr kontrovers diskutiert, weil es viele einander widersprechende, unpräzise Begriffsdefinitionen gibt und weil Angehörige über das Attribut Co-Abhängigkeit oft völlig ungerechtfertigterweise pauschal als Schuldige oder Mitverursachende diffamiert werden. Ich habe dann in meinem Buch geschrieben, die zwei Autoren, Uhl und Pum, schreiben, dass sobald man alle Irrationalitäten, Widersprüchlichkeiten und Absurditäten aus der Definition ausschließe, dass dann die Co-Abhängigkeit zum Synonym für suchtförderndes Verhalten werde. Und es wäre daher sinnvoller, in begründeten Fällen auch davon zu sprechen, als einen ungenauen und stigmatisierenden Terminus wie Co-Abhängigkeit zu verwenden. Sogenannte co-abhängige Persönlichkeitsmerkmale sind dann aber auch weit verbreitet und in gewisser Weise gibt es auch einen kulturellen Hintergrund für bestimmte Verhaltensweisen. Zum Beispiel wird das Helfen und Dienen und auch das Gehorchen seit vielen Generationen als eine positive Verhaltensweise der weiblichen Rolle zugeschrieben und gesellschaftlich nicht als gestört erachtet. Interessanter Gedanke, ja. Und für mich persönlich wird hier wieder besonders deutlich, wie wenig einheitlich der Begriff weder in einem wissenschaftlichen noch in einem sozialgesellschaftlichen Kontext verwendet wird. Und daher stellt sich mir dann auch die Frage, wann Verhaltensweisen, die man einer Co-Abhängigkeit zuordnet, wann denn nun eigentlich problematisch werden. So eine Co-Abhängigkeit in Beziehungen beginnt dann, wenn der Betroffene seinen Partner in einer Weise unterstützt, bei der er sein eigenes Leben hinten anstellt und sich selbst aufgibt. Bei diesem Ungleichgewicht spricht man dann oft von einer Beziehungsstörung und ja, diese Beziehungen sind dann auch dadurch gekennzeichnet, dass beide Partner auf der Suche nach Zuwendung sind. Und so entsteht dann so eine gegenseitige Abhängigkeit. Der Partner des Betroffenen ist dann oft manipulativ und sehr geübt darin, das aufopfernde Verhalten des Anderen auszunutzen. Psychischer Missbrauch und verschiedene Formen von Gewalt sind eher die Regel als die Ausnahme. Die Verantwortung an den belastenden Verlauf der Beziehung suchen die Betroffenen bei sich selbst, da sie vom Partner durch sogenanntes Gaslighting in ihrem Denken dahingehend manipuliert werden. Der Betroffene bringt aber auch oft ein eingeübtes Verhaltensmuster mit, sich auf ungesunde Weise für die Verantwortlichkeiten anderer zuständig zu fühlen. Emotional scheint der Betroffene stark von seinem Partner abhängig zu sein. Wobei hier verschiedene Gründe eine Rolle spielen können, die nicht alle darauf zurückzuführen sind, dass der Betroffene tendenziell zu emotionaler Abhängigkeit neigt. Den Betroffenen kostet es dann meistens alle Kraft, sich aus dieser toxischen Beziehung zu lösen und oft erscheint es unmöglich, einen Weg aus solchen Beziehungen zu finden. Dieses als Co-Abhängigkeit beschriebene Verhalten wird dann in dem Sinne als pathologisch bezeichnet und darum kann es sich stigmatisierend auswirken, weil es eben auch Schuld und Scham verursacht für die Betroffenen. Und da stellt sich für mich zunächst die Frage, was es eigentlich bedeutet, in einer Beziehung mit einem Menschen zu sein, der entweder eben suchtkrank ist oder der eben toxisch ist im Sinne einer Cluster-B-Persönlichkeitsstörung oder dahin tendiert oder eben das Cluster-B, das sind diese narzisstische oder borderline-histrionische oder antisoziale Persönlichkeitsstörung. Aber auch im Sinne einer Charakterstörung bei missbräuchlichem Verhalten. Und zunächst dürfen wir uns einmal dessen bewusst werden, was für eine außerordentliche Leistung es ist, in einer Beziehung zu einem Menschen zu sein, der umgangssprachlich als toxisch bezeichnet wird. Also einem Menschen, der andere mit Menschen durch seine Haltung und sein Verhalten emotional, psychisch und körperlich durch Manipulation und Kontrolle extrem belastet. Solche Beziehungen können ganz oft nicht einfach so gekündigt werden, wie Beziehungen, zum Beispiel Beziehungen zu einem Elternteil oder einem Kind oder anderen Familienmitgliedern. Ebenso möchte niemand den Partner gerne verlassen, mit dem man gemeinsame Kinder hat oder das hat dann oft dermaßen gravierende Folgen dann für alle Beteiligten, dass das eben kein Schritt ist, den man einfach mal eben so und dann in diesem Rahmen dann praktisch grundsätzlich von einer Co-Abhängigkeit zu sprechen oder Sucht. Das trifft überhaupt nicht den Kern der Wahrheit dieser Menschen. Und es ist auch wahr, dass Menschen, die in Beziehungen mit toxischen Menschen leben, alles in ihrer Kraft Stehende tun, um ihre eigene psychische und körperliche Gesundheit und auch die von anderen Beteiligten aufrechtzuhalten. Da steckt ja ein enormer Kraftaufwand dahinter. Und anstatt also von Beziehungssucht oder Co-Abhängigkeit zu sprechen, müssen wir hier ganz dringend damit beginnen zu unterscheiden, um was für ein Verhalten es sich in erster Linie handelt. Und so wird dann aus jemandem, dem eine Beziehungssucht, Helfersucht oder eine Co-Abhängigkeit diagnostiziert wird, dann wird zunächst erstmal jemand draus, der äußerst belastende Situationen, also mit toxischen Menschen, bestmöglich zu bewältigen versucht. Und das ist erstmal, was es ist. Lassen wir das erstmal auf uns wirken und werden wir uns dessen bewusst, dass wir in unserem Leben große Leistungen vollbracht haben, während wir im Umgang mit belastenden Situationen und toxischen Menschen unser Bestes gegeben haben, um die Situation für alle Beteiligten erträglicher und gesünder zu machen. Und wenn hier die Rede von Situationen ist, dann kann das auch heißen, dass es sich mitunter um einen jahrelangen und manchmal auch lebenslangen Versuch handelt, eine Belastung durch einen toxischen Menschen bestmöglich zu bewältigen. Und wenn die Gesellschaft einen solch immensen Kraftaufwand als Abhängigkeit oder Sucht bezeichnet und dadurch Schuld und Scham in ein solches Verhalten regelrecht einflechtet, dann kann der Betroffene überhaupt kein gesundes Selbstverständnis seiner eigentlichen Kräfte und Stärken entwickeln. Und dabei wäre ein gesundes sich seiner Selbstbewusstsein. Doch genau die psychische Grundlage dafür, nicht in die vielfältigen Fallen zu tappen, die eine Beziehung mit toxischen Menschen dann eben mit sich bringt. Denn die Abgrenzung von einem gesunden Selbstverständnis zu vielfältig ungesunden Verhalten ist für den Betroffenen alles andere als klar definiert und offensichtlich, weil er wird ja manipuliert, er wird gegaslighted. Das heißt, ihm werden die Dinge, so wie sie geschehen sind, regelrecht ausgeredet. Und dann weiß er nicht mehr, der Betroffene, wie die Dinge eigentlich wirklich geschehen sind. Das ist dann in der Regel sowieso meistens jemand, der sich hinterfragt, wie war das jetzt eigentlich nochmal wirklich. Ja, und wups, die wups, sind die Erinnerungen nicht mehr klar. Und dann kann einem jemand alles erzählen. Und damit wackelt dann auch das Selbstbild und das Verständnis dafür, was einem eigentlich widerfahren ist, was man eigentlich alles investiert hat an Kraft und Energie, an guter Energie, ja, das ist einem dann alles nicht mehr so richtig bewusst. Ich habe dann geschrieben, diese Möglichkeit des sich Abgrenzens scheitert unter anderem eben deswegen für die Betroffenen so häufig, weil bisher weder in der Fachwelt noch in der breiten Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die immensen Leistungen von empathischen und hochsensiblen Menschen geschaffen wurde. Ich behaupte Folgendes, eine Gesellschaft wie diese, die durch Traumatisierung so viele Menschen mit einer Sucht und oder einer Cluster B Persönlichkeitsstörung beziehungsweise Tendenzen dazu sowie Charakterstörungen und Krankheiten hervorbringt, funktioniert nur deswegen überhaupt noch, weil es auf der anderen Seite viele empathische und hochsensible Menschen gibt, die mit all ihrer Kraft versuchen, etwas Heilsames in ihre Beziehungen und in diese Welt zu tragen. Muss man mal drüber nachdenken, ja? Aber die Würdigung, Wertschätzung und ein entsprechender Energieausgleich bleiben meist aus oder schlimmer. Was der Empath gibt und tut, scheint nie genug oder das Richtige zu sein. Und dann passiert oft das, was Betroffene auch sehr gut kennen, nämlich dass sie ständig beschuldigt werden, dass sie nicht gut genug sind, dass sie das nicht richtig getan haben, dass mit ihnen irgendetwas nicht stimmt. Und so weiter und so fort. Wie ergeht es jetzt einem Empathen oder einem viel zu netten Menschen dabei? Wie sehen und erleben sie sich selbst und welches Feedback erhalten sie von ihren Mitmenschen und den Experten? Auf Social-Media-Plattformen hört man Empathen und Hochsensible oft sagen, sie können sich nicht abgrenzen, sie wissen nicht, wie man richtig Grenzen setzt und sie müssen in ein Bootcamp, um Grenzen setzen zu lernen. Es mangelt ihnen häufig an einem gesunden Selbstverständnis und an Durchsetzungsfähigkeit. Fangen wir also damit an, uns erst einmal dessen bewusst zu werden, dass wir sehr liebevolle und unglaublich kraftvolle Menschen sind. Und lasst uns lernen und uns gegenseitig daran erinnern, wie wir uns davor bewahren, dass andere uns dahingehend manipulieren, dass wir aus den Augen verlieren, wie liebevoll und kraftvoll wir in Wirklichkeit sind. Und wenn wir damit begonnen haben, uns dem zu öffnen, wer wir in Wirklichkeit sind, dann können wir uns dem Umstand widmen, der dazu führt, dass wir aufgrund unseres gutmütigen und großzügigen Wesens und unserer mangelnden Aufmerksamkeit uns selbst gegenüber in bestimmte Fallen tappen können. Wir sind manipulierbar. Ja, und dann gehe ich weiter im Buch darauf ein, woher das eigentlich kommt, dass wir dahingehend manipulierbar sind überhaupt, dass wir das so leicht glauben, was man uns da erzählt, auch, dass wir in einem Schuld sein sollen, dass womit ja immer die Scham einhergeht. Scham ist eigentlich das stärkste negative Gefühl, was man überhaupt fühlen kann. Wer dauerhaft Scham fühlt, ist wesentlich gefährdeter an schweren Krankheiten und chronischen Krankheiten zu erkranken. Genau in meinem Buch, wie gesagt, gehe ich dann darauf ein, woher das alles kommt und was das bedeutet, wenn man dann dauerhaft eigentlich unter diesem Stress steht, immer für alles Mögliche verantwortlich gemacht zu werden, wofür man im Grunde genommen nicht verantwortlich ist. Und in meinen Coachings gehe ich dann noch weiter und da lösen wir dann diese Verhaltensmuster auf, zu denen wir geprägt worden sind im Laufe unserer Kindheit, sodass du gar nicht mehr so rezeptiv bist, so empfänglich für Menschen, die dich manipulieren wollen und die dir Dinge erzählen, die einfach nicht wahr sind oder die zumindest überhaupt nicht deine Wahrheit treffen. Ja, so viel. Wenn dich dazu mehr interessiert, den Link zu meinem Buch findest du in der Beschreibung und ich mache sicherlich noch mehrere Lesungen zukünftig. Wenn dich das interessiert, dann abonniere meinen Kanal. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Alles Gute für dich. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020